Er hat so viele Nummern. Ich vergesse immer wieder, welche davon er vorzieht, was das betrifft, ist der sehr speziell. Ich weiß nicht, ob es die erste ist. Versuch's halt. Okay, ich... okay. Ben Rickert? Hey Ben, hier ist Jamie. Jamie, auf der Nummer sollst du nicht anrufen. Ich hab's gesagt. Ähm, okay, versuchen wir Nummer 2 von 14. Ben Rickert? Ben, wieso tust du das? Mal ehrlich, du bist ein Trader im Ruhestand. Kein Mensch hört deine Anrufe ab. DSA hat ein Budget von 52 Milliarden. Sie können 10 Millionen Gespräche pro Sekunde abhören. Denkst du, die tun das nicht? Ich verspreche darauf zu achten, die Worte Ben Rickert und schmutzige Bombe nicht in einem... ... ... ...